Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und es tut mir sehr sehr sorry, es tut mir wirklich sehr doll leid, dass du auf deinen Vorschlag so lange gewartet hast, aber heute werde ich auf Best of Torette Teil 10 reagieren und ja, hat ein bisschen gedauert, es tut mir sorry, bitte nicht schlagen, mag ich nicht. Hi, na? Hallo, Freunde der gepflegten Alleinunterhaltung, herzlich willkommen zum zehnten Teil, hilf mir, ich werde gezwungen halt, wie muss ich das einverleiben, das was Gisela sagt, ist Religion. Ihr bist geil gemacht ey, hallo, hallo, hier schönes Wetter und bei dir, hallo, sind deine Eltern auch Geschwister, bei mir nämlich schon, hallo. Aber man muss immer dazu sagen, es bleibt in der Familie, es bleibt halt in der Familie, ja, deshalb, also meine Uroma war eine Ziege, ne, also meine Uroma, ne, meine Uroma, aber es bleibt halt alles in der Familie. Jetzt radert es bei so manchen, okay, okay, hm, 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 okay, was, was für Gene habe ich? So, wie wollten Sie es denn gerne? Ich wollte es, also... Ja, kürzer, denke ich mal, aber das geht's auch nicht. Soll ich unsere Kamera mal richtig fixen? Oh, es war aber Ziegehäure. Nein, 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 oh mein Gott, da habe ich gar nicht dran gedacht, da habe ich gar nicht dran gedacht, oh mein Gott, Jan, Jan, wir haben nur diese eine Kamera. Du hast da wirklich... Du bist dann arbeitslos? Ja. Du bist dann arbeitslos? Nein, nein, bin ich nicht. Ich mache viele Instapraces und ich habe mehr Follower als du. Oh, was. Das nehme ich eigentlich. Ja. Was war das Bier? Nein, deswegen habe ich es da zurückgestellt. Ja. So, genau. Ich frage mich, was Gisela machen würde, wenn es gar nicht brennt. Ob sie dann den Feuerlöscher komplett ignoriert oder eher dann auf Tim absprinzt. Mit dem Feuerlöscher jetzt, ne? Weil ich mir natürlich, okay, das habe ich jetzt dumm formuliert. Also auf Tim hier mit dem Feuerlöscher sprüht. So eine Freude, so eine Freude. Also ich wisch da mal kurz in Storien ab. Was ist los? Bitte, lass los. Mach eine verrückte Sache. Das geht nicht. Das geht. Das geht nicht. Das geht, das geht nicht. Hä, ich hypnotisiere dich. Augen auf, folge dem Pilz. Folge dem Vaginales. Hä, das ist ein Pilz? Das wird das Endergebnis sein. Ach ja, damit du mich besteigen kannst, wenn ich ne Rattage bin. Ja, ja, ich hab's geschaut. Einmal haben wir so Eier geholt für so einen kleinen Eierlauf, den wir da gleich machen werden. Wir haben uns da so einen Parcours auf... Nein! Er denkt, er wurde auf die Eier schlagt. Nein! Gibt das? Nein, nein. Ich bin schlecht gelaunt. Ich wurde von der Polizei erwischt. Ich bin schlecht gelaunt. Ich bin schlecht gelaunt. Tim, du musst heute einen Apfelbaum in Calais pflanzen, einen Nussbaum in Barcelona und einen Fleischwurzelbaum in Rom. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja! 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 Alter, das kann... Warum denk ich mir sowas aus? Ja, Apfel-Erlebnis goes Europe! So, dann... Wo ist... Ja, ja, ich mach' den Tanz, wie die Kette geht über. Zieh' wieder die viel zu kleinen Handschuhe an, die ich vorher auch schon anhatte und wie immer kaputt gehen werden. Übrigens, weil mich das jetzt gerade erinnert, ne? Ich hab' am Freitag, ne, hab' ich mich so gestreckt und wir haben, hab' ich euch ja erzählt, wir haben bei uns eben ja ein bisschen älter geworden. Wie er schon ist, er kurz vor der Rente ist, also bei den knabbern schon die Maten an und da hab' ich mich so ein bisschen gestreckt und ich hab' ja wirklich kaum Bauch, ne? Ich hab' ja wirklich übelst wenig Bauch und da sagt er, also, wenn ich so damals ausgesehen hätte, ich hätte mich geschämt, das meinst du doch nicht ernst und nicht so, was ist denn jetzt los mit dir so, ne? Und der so, ey, guckst du dich mal an? Ey, ich war damals sportlich, athletisch, ich musste, ich musste auf meine Ernährung achten, ich musste jeden Tag Sport machen und ich so, alter, ganz ruhig, ganz ruhig. Und der rastet so komplett aus und dann so meine Chefin, äh, also unsere Schichtleiterin ist dann so gekommen, hat gesagt, was hier los ist, hab' ich das so gesagt, äh, hat die so gesagt, äh, sie werden hier auch nur gemobbt. Und ich so, ja, ja, und, und der ist, also ohne Scheiß, der ist schon rot geworden, ne? Der ist halt wirklich, also, es war noch nicht mal Spaß von dem, das war wirklich ernst gemeint. Ich dachte zuerst so, der macht Spaß, aber dann wird der übelst rot und, ähm, meine Chefin dann so, also ich hab' dann so, so leicht nach oben gemacht, meine Chefin, ach so, das ist doch gar nicht so viel. Ich so, ja, aber der rastet ihr komplett aus, der ist wirklich, ohne Mist, der ist komplett ausgerastet, der ist wirklich so komplett rot geworden, ne? Und ich dachte, das geht nicht jetzt ab. Seitdem, ne, also am Montag, werde ich wieder so machen, dass er mich wieder aufregen kann. Naja, so sind ältere Leute, ne, die, ähm, nix zu tun haben, die müssen sich über alles beschweren. Zieh wieder die viel zu kleinen Handschuhe an, die ich vorher auch schon anhatte und wie immer kaputt gehen werden. Mit Kondomen hast du das Problem ja nicht, ja. Ja, wenn man keine benutzt und wenn man keinen Sex hat. Ui, ich putz mir die Zähne. Iiii. Gisela klaut immer nur das hier. Aber ich habe immer zur Sicherheit ein Konsum. Das ist eine, das ist die böseste Lüge. Nein, das stimmt nicht. Mach dein Maul auf oder deine Annoten, ich will die Schocksteck holen. Nein, das stimmt nicht. Du hast noch. Boah, Alter. Das stimmt überhaupt nicht, man nimmt es voll auf Sachen von anderen Leuten und dann, oh Gott. Ich schneide dir den Finger ab. Oh mein Gott. Ich meine das diesmal ernst. Ich bin echt motiviert, dich nicht zu verunstalten. Und Gisela... Ja, jetzt geht's los. Pinkelst du dich schon ein? Soll ich deine Geheimratsecken betonen? Soll ich? Nein, soll sie nicht. Doch, dann siehst du aus wie 40. Was machst du gerade? Das war nur die Haut. Ist genauso schlimm, wenn man die Haut dann komplett wegrasiert. Was ist dein Lieblingsfilm? Jetzt haben wir langsam ein richtiges Gespräch. Ich mag gerne Pornos mit Pferden. Baguette-Auto. Du Baguette-Auto. So ein Scheiß überhaupt. Du kannst nicht fahren. Baguette. Ja. Ja, ja, ja. Wenn ihr einmal angegriffen werdet, dann gebt ihr sofort auf am Pferd an. Ja, ihr Flachwixer. Hä? Ob eure... Das ist schön, dass ich bestimmen kann, wie viele Geräusche ich hören möchte. Das ist schlecht, dass ich nicht bestimmen kann, ob ich die Werbung überspringen möchte. Ich hatte gestern übrigens eine Werbung, aber ich glaube, das war ein Bug. Die gingen drei Minuten und ich konnte die nie überspringen. Ich konnte die einfach nicht überspringen. Das ging einfach nicht. Da dachte ich so, wollte mich jetzt gerade verarschen. Da haben die irgendwie über Kompost gesprochen, über gesundes Essen. Da dachte ich halt, mach die Kacke weg. Mach die Kacke weg. Habe ich einfach meinen Fernseher an und aus gemacht und habe mich halt reconnected. Ich akzeptiere keine Kompromisse. Ja doch, ich akzeptiere ein paar Kompromisse. Das hat Deutschland noch nie interessiert. Wir kommen hier rein, wenn wir es für nötig halten. Hörsch. Au revoir. Ja, hier gibt es dicke SM-Orgien drin. Ja, genau. Es wird versaut. Töre! Sag ich dir noch. Komm, lass rein. Ich bin echt aufgeregt. Mein erster Tag. Ich bin echt aufgeregt. Mein erster Tag in einer neuen Klasse. Naja. Töre! Wollen wir reingehen? Ja. Töre? Ja, Isola kriegt gleich wie ein Sprit. Ja, ha, 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 ha. Hör auf. Ich renne mein Leben, Jan. Ja, du kannst dich rennen, du bist ein Fettkloß, der im Wasser sitzt. Ich muss sagen, ich war als Baby auch immer ein Flaschenkind. Also, wenn meine Eltern keinen Bock mehr auf mich hatten, haben sie mir die Flasche gegeben. Und da war keine Milch drin, du. Da war keine Milch drin. Da war was anderes drin. Wasser. Auf jeden Fall würde ich niemals eine Beziehung mit einer Person eingehen, die dich mit Jan oder seinen Ticks klarkommen würde. Ich schon. Wenn er sagt, du flimmst, hab ich keinen Bock. Okay, ich auch nicht. Find dich damit ab. Weil du ja ein Teil meines Lebens bist. Hm. Hör auf, mein Knie zu vergewaltigen. Also, ich bin jetzt ab morgen die zehnte Woche im Homeoffice. Also, langsam hab ich die Schnauze voll. Sei froh, dass du keine Hure bist. Die haben nämlich kein Homeoffice. In Adiletten. Na. Na. Ja. Ja. Na. Also, wenn ich so meine Nachbarn höre. Also, die wohnen im anderen Eingang. Wenn ich die so mitbekomme, habe ich so das Gefühl, dass sie gerade Homeoffice hat. Also, ich weiß, irgendwie, nee. Also, entweder die hat einen neuen Freund. Oder die hat irgendwie gerade Homeoffice. Homeoffice. Entschuldigung, aber ohne Mist wäre so früh. Äh, früh, ne. Abends willst du so langsamer schlafen. Und auf einmal hörst du. Hm, ja. Hm, ja. Und da geht was hier in den Abends so. Ja, ich wollte schon klopfen und fragen, soll ich spielen machen, soll ich helfen? Ja, ich will kein Gesicht nicht sehen mit der Behandlung. Aber, es geht doch noch gar nicht los. Na, 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 na. Das geht doch noch gar nicht los. Nein, was. Im Friseursalon müssen Mund und Nase bedeckt sein. Mund und Nase bedeckt sein. Alter. Oh. Ha, ha, ha. Wo ist die Beinahe? Hm. Ich zieh. Nein. Ja, du stehst auf meinen Haar, ja. Geh daran. Reib dich daran. Ah ja, das gefällt dir. Ja, er rubbelt den roten Haar. Nein, das esse ich auf jeden Fall nicht mehr. Das kannst du keinem antun. Du kannst auch trinken. Ne, war, nein, war. Nein, ey, komm. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ja, lecker. Mach das weg. Ja, und dann auch dieser Stiel. Mama mag das. Ich will das nicht. Wo ist das jetzt? Ich will das nicht. Ja, vielleicht in welchem Ketten sich gefreut. Willst du Respekt in deiner Clique, ja, dann bruch doch, meine Dicke. Hat sich eure Freundschaft seit YouTube eigentlich verändert? Hä? Also ich glaube, zur letzten Frage kann man schon mal sagen, dass es sich eigentlich nicht verändert hat. Der Blick gerade von Gisela, sag jetzt nichts Falsches, sag jetzt nichts Falsches. Das ist nämlich jetzt nur rein kommerziell. Rein kommerziell. Ich weiß nämlich auch nicht, in welche Richtung die sich verändert haben soll eigentlich. Du bist jetzt die Geld-Bitch, männlich. Merk dich das. Menti. Das sieht irgendwie aus wie so eine vergammelte Muschel. Ja, das sieht aus wie die von deiner Alten. Krieg ich einen Lappen für meine Stirn? Die Samsung-Kühl-Gefrier-Kombination. Mit viel Platz. Brennt irgendwie. Samsung baut auch alles, ne? Patrick, er wollte einen Lappen für seine Stirn. Ich habe nichts anderes gegessen heute, da sind Zwiebeln drin. Da brauchst du ja auch jetzt nichts mehr zuerst, ex. Ich dachte... Ja, jetzt wird's geil. Ex, du hast Schluckers. Du schlappest Schluckers. Ja. Du hast dich besoffen? Ja, das war eine gute Idee. Sehr gut gemacht. Ich bin als Mitarbeiterin des Monats. Danke. Gerne. Ja, wer kennt nie den bekannten Zauber-Spruch Simsalapimmel, ne? Versuche ich auch die ganze Zeit, aber ähm... Weiß nicht, ich brech den vielleicht falsch aus. Simsalapimmel wechseln zu der Red Hat Bitcher hin. Den Zauber-Spruch. Ja, ich habe eine Dipo-Frage, die ist ganz tief. Ja. Wissenschaft fliegt in den Weltraum und Religion in hohe Gebäude rein. Nein. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Ich bin immer noch ein Hase. Also du darfst auf jeden Fall nicht so viel von den Zutaten wegessen. Ich habe das nämlich genau ausgemessen gekauft. Dieses Mal habe ich nicht so viel Backup. Das waren gerade genau 200 Gramm. Weißt du das eigentlich nicht? Wo ist mein Hund Adolf? Ja, das ist ja eine gute Frage. Adolf! Adolf! Ein paar von euch haben sich ja nochmal gewünscht, dass wir einfach nochmal... Okay, ganz süß an. Ich will abfüttere das. Wie viele? Drei? Ach, ja. Hm, drei. Okay. Drei. Drei, zwei, zwei, zwei. Drei, ja, für gerne. Fahrradfahren, wenig Fleisch, vor allem Jägermeister. Du kleine Scheißmaus, kommt da etwa ein Stau? Ja, ein Samenstau. Da würde man... So wird aus Biomasse Dämmstoff, aus pflanzlichen Ernteabfällen, Wertstoff... Oh, Alter, nee, ey. Du kannst doch mal kurz ein bisschen erzählen, schon mal vorab. Du warst ja früher... Ich bin eine Meerjungfrau. Ja. Ja. Alter. Alter, Kamera, Mann, ich muss dich austauschen, wie bei der... Ich hab davon geträumt, ich darf das. Ja. Ich fühl mich ein bisschen wie du, Jan. Ich bin die Domina als Maul. Hat man dich in Russland eingesammelt? Na. Stell dir mal vor, er ist jetzt so herausgestellt, dass irgendwie Frankreich seine Grenzen doch noch nicht offen hat. Glaubt ihr, das hat Deutschland jemals interessiert? Ich denke nicht, also tut es uns auch nicht interessieren. Ich hab mich überlegt, ob wir dem Henry versuchen, eine Hundehülte zu bauen, für Schatten im Sommer. Was ist, wenn das einstürzt? Und dann ist da so Nägel aus der Wand rausragen. So pessimistisch. Und dann wird ja aufgerissen und die ganzen Gämmels spürzen. Das fände ich am schön. So pessimistisch war ich bis jetzt noch nicht. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ne. Ja, ich bin Dr. Frankenstein. Bitte nicht. Dr. Franken-Schwein. Ja, mal eine kurze Frage. Ihr seid ja auch YouTuber, oder? Ja. Sorry, dass ich euch jetzt vielleicht zu nahe trete. Tritt so bitte wieder weg. Ne, ja. Nicht so, achso. Nicht so. Sorry, dass ich euch... Was hat sie gesagt? Die Frau Prah. Sorry, dass ich euch etwas zu nahe trete. Ne, was? Ja, sorry, dass ich euch jetzt noch vielleicht zu nahe trete. Ja, zu nahe trete. Tritt bitte weg. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, ne? Tritt so bitte wieder weg. Ne, ja. Das hat bei mir mega gedauert. Ich bin voll auf Koks. Ja, das ist super. Ich lebe davon. Ja. Ehrlich? Ich brauche kein Mehl. Ich verwende Koks beim Kochen. Deswegen habe ich auch einen an der Wappel. Ich finde, es ist schon normal geworden, dass wir uns jeden Tag sehen. Es ist zwar nervig, weil du bist echt eine Kachlu, aber okay. Das Geld regelt. Das war kein... Das war ein motorischer Tick, du Arsch. Hätte ich das nicht sein. Weil... Boah, hallo! Das war wirklich mega klar. Wenn der Hammer jetzt außer Hand geschlungen wäre, ne? Alter, ja. Wir sind ja auch Großstadt im Bremen, wohnen wir ja. Ja, ihr fresset eh nur Fischbrötchen. Das war gar nicht. Ja, und eure Stadt riecht auch so nach vergammeltem Fisch. Herzlich willkommen in unserer Ferien-Bilder. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Wollt ihr jetzt noch ein Porno drehen? Ja. Eigentlich nicht, nein. Wir haben gerade fette Immobilien gekauft. Genau. Ja, nice. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Fahrradfahren. Fahrradfahren, wenig Fleisch. Und vor allem dem Tim schlachten. Und dann macht's gut. Bei mir fühlen sich Kopfschmerzen immer so an. E-Bild, ihr Hund. Wie auch immer du heißt, du alte Kachparsen. Mir aber auch scheißegal. Auch ein. Fick dich. Ciao. Ich wusste ja echt nicht, wie die heiße, aber es juckt mich auch nicht. Vielen, vielen Dank. Leute, ich beende jetzt hier schon das Video, bevor Gita gleich ganz komische Sachen gepostet. Und wir hoffen, wir sehen uns bei einem von unseren nächsten Videos wieder. Wir hoffen, wir sehen uns bei einem von unseren nächsten Videos wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao. Euer Samt, Ginger, verbrennt die Hexe. Ah, schön, ey. Richtig, richtig, richtig geil. Hat wieder mega Spaß gemacht. Ist immer wieder schön, so kleine Ausschnitte von Videos zu sehen, die man kennt. Mach's auch ganz gerne mal bei Pete's Meat. Guck ich mir auch immer die Best-Offs an. Kriegt man immer wieder Bock auf die Videos, da will man die nochmal komplett angucken. Das ist voll oft so. Wenn ich so kleine Ausschnitte sehe von Videos, würde ich mir die komplett angucken. Also ist auch bei den Porno gucken. Ach ja, kleiner Ausschnitt, guckst du komplett. Ne, war ein Spaß. War nur. War ein Joke. War ein Gag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und wir sind definitiv dativ-akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.